ein herzlich willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist maike und ich habe heute diesen winter look für euch ja dieser look ist inspiriert von der essens trend edition winter dreaming und deswegen besteht der großteil der produkte auch aus der trend edition und ja mir gefällt der look super gut ich stehe total auf dieses white christmas theme also dass alles rosa ist und weiß und creme farben das seht ihr ja schon an meinem hintergrund also ihr werdet schon sehen wie sich mein weihnachtsthema jetzt so durchziehen wird in der nächsten zeit und ich würde sagen wir reden gar nicht so lange drum und wir fangen direkt an so wir beginnen jetzt mit der i love stage eyeshadow base und die dient eben als basis für den ganzen lidschatten look der nachher noch kommt und die arbeite ich dann mit meinen fingern auf meinem beweglichen lid und im innenwinkel meines auges ein dann geht es auch weiter mit diesem my must have eyeshadow hier und das ist so ein richtig schönes kühles frostiges rosa und den arbeite ich dann mit einem pinsel auf meinem gesamten beweglichen und auch im innenwinkel meines auges weiter geht es mit der wunderschönen winter dreaming eyeshadow palette und ihr könnt schon ahnen dass da sehr sehr viele schöne töne drin sind und dann nehme ich mir zuerst diesen mittelbraunen lila farbenen ton ich kann ihn nicht ganz beschreiben irgendwie so morphoffarben und den trage ich dann einfach an meinem äußeren augenwinkel und in der lidfalter auf und verblende das ganze das ganze verblende ich dann natürlich auch noch gut da könnt ihr euch viel zeit nehmen denn je ordentlicher ihr das ganze verblendet desto schöner wird auch der übergang und das macht ihr eben auf beiden seiten bis ihr beides so richtig schön gleichmäßig verblendet habt und dann könnt ihr euch das ganze verblendet und dann könnt ihr euch auch schon diesen lidschatten ton hier nehmen beziehungsweise sind das mehrere lidschatten töne die ich einfach so ein bisschen zusammen gemixt habe zu einem lidschatten ton und den trage ich dann nochmal speziell am äußeren augenwinkel und in der lidfalter auf dann nehme ich mir nochmal den dunkelsten ton der palette und den trage ich dann auch nochmal in der lidfalter und am äußeren augenwinkel auf ich weiß wir können fast ein trinkspiel machen wie oft ich äußere augenwinkel und lidfalte sage aber wir wollen einfach so ein bisschen definition in das augenmakeup bringen und dass es eben unsere augen so richtig schön hervorhebt jetzt kommt mein lieblingsteil und zwar rock in a bottle der gehört eigentlich auf die nägel aber ich entfremde das ganze auch bei essence tv immer als glitzer für die augen und hier nehme ich mir einfach ein bisschen lipgloss und trage dann das pigment einfach mit einem pinsel auf meinem lid auf und ihr seht schon das krümelt so ein bisschen runter aber das ist gar kein problem das kann man einfach mit so einem kabuki schwamm oder einem normalen puder pinsel einfach ein bisschen ja wegblenden und dann korrigiere ich hier und da nochmal so ein bisschen die lidfalte damit das ganze auch einen schönen übergang bekommt und damit das ganze eben noch schöner und gleichmäßiger aussieht ziehe ich mir anschließend noch einen lidschatten kein video mit essens produkten ist perfekt ohne die lash princess mascara und wer mich auf essence tv verfolgt weiß ich liebe diese mascara und benutze sie eigentlich in jedem video und damit tusche ich mir dann ganz ganz großzügig die wimpern oben und unten und ja dadurch bekomme ich einfach einen schönen schwung ich liebe die mascara wirklich sehr also die macht schöne voluminöse wimpern die trotzdem lang sind und eben sehr schön aussehen meiner meinung nach und das ganze mache ich dann natürlich auch mit den unteren wimpern als nächstes kommt ein kombi produkt und zwar ist das winter dreaming two in one highlighter and blush powder und dann nehme ich mir als erstes das rouge und trage das einfach eben auf mein apfelbäckchen nein spaß auf meinen wangenknochen auf und bekomme einfach so ein bisschen mehr farbe im gesicht weil wir ja sehr viele kühle und frostige töne benutzt haben und da noch nicht so viel farbe im spiel war und das ganze verblende ich dann wieder mit meinem kabuki pinsel damit es eben natürlicher aussieht und dieses blush hat auch noch einen highlighter oben drauf und den verwende ich dann ebenfalls wieder mit einem essenspinsel und highlighte eben meine wangenknochen damit ich eben diesen richtig schönen winterlichen glow bekomme und natürlich darf auch ein lippenprodukt nicht fehlen und da nehme ich mir den sheer lipstick in der 02 leute hands down mein liebster lippenstift aktuell ich weiß nicht wie sie das gemacht haben aber seht ihr das das ist so ein schöner schimmer der auch total frostig ist und total kühl und ich liebe 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 diese farbe und als ich das erste mal in den spiegel geguckt habe habe ich mir so gedacht so jo das ist voll der ton den ein victoria secret model bei der show tragen würde nicht dass ich so aussehe sondern die lippenfarbe und so sieht dann der fertige look aus so das war jetzt mein winter inspirierter look schreibt mir gerne euer feedback unten in die kommentare und was ihr als nächstes für wintervideos sehen wollt ich würde mich sehr freuen wenn ihr abonnent des kanals werdet um kein video mehr zu verpassen und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal